Die ist definitiv mit uns verbunden, genau wie mit dem Dämon und etwas anderem. Hm, das ist ein Mysterium. Wir haben nur eine Möglichkeit, wir müssen den Hinweisen folgen, die wir haben. Drei Hinweisen, um genau zu sein. Wir müssen die übrigen Wahrheiten finden, Visilla. Ich hatte große Hoffnung, in das Orakel gesetzt. Wir müssen jemand anderen fragen, jemanden, der den Unsichtbaren nachjagt. Geht zur Tempel Station, rede mit dem Jäger Roke Feral. Wenn jemand die Wahrheit finden kann, dann er. Wir treffen uns dann später an der Monument Station. Gut. Zur Tempel Station, wir kommen also in den nächsten Komplex und wir fangen nach Joanne. Ich bin hier für die Hilfe wirklich dummbar, vor allem wegen der Sache mit dem Palladium. Und was Dobster angeht... Tja, Dobster hat mich an meine alten Geschichten erinnert. Und dann habe ich mich gefragt, wo sind die Geschichten jetzt? Haben wir mit unserer Welt auch unsere Fantasie verloren? Wäre das nicht schrecklich? Aber dagegen lässt sich etwas machen. Ich werde ein kleines Theater eröffnen. Wir können selten gespielte Stücke aufführen. Alle ein bisschen aufheitern. Mir fehlen nur noch der passende Schauspieler für die Hauptrolle. Ich hatte da an Tiberius gedacht. Er hat Star-Qualitäten. Außerdem liegen ihm die Frauen zu Füßen. Könntest du ihm vielleicht meine offizielle Einladung bringen? Großartig. Du findest Tiberius in Level Tempel Station. Jo. Also, wir müssen zur Tempel Station. Und die ist in Richtung Waterloo Bridge, Savoy und Tempel Approach. Also dürfte relativ lange dauern. Jill, du hast mir nie geholfen. Ich mag dich nicht. Okay. Ist hier irgendwo noch ein Quest? Nein, anscheinend nicht. Gut. Dann gehe ich hier noch zum Händler. Halloway. Was gibt es mir für ganz viel super Zeug, was ich nicht benutzen kann? Alles, was über 500 ist, verkaufe ich. Alles, was drunter ist, das zerlege ich. Okay. So. Jetzt haben wir hier noch einen schönen Gürtel. Oh. Nahkampftempo bonus 1%, 49 Glück und Verteidigung gegen Schock. Schön. Schön, schön, schön. Haben wir eigentlich mal was mit besseren Farben gefunden. Der Hose war doch neu. Hm. Sieht alles irgendwie gleich aus. Na gut. Und die können wir nicht benutzen, weil wir nicht Stufe 20 sind. Was? Stufe 2? Ach nee, Voraussetzungscharakter Stufe 15. Ich dachte schon. Ach du Heilige. Stärke plus 10. Energie, Büsse, ein Ausdauer und Willenskraft. Gesundheitsregeneration, Nahkampfbonus. Wow. Ordentlich Rüstung und Stärke. Ach. Nö. Nö, nö. Schaden gegen Spektralwesen. Tja. Kann ich eh nie benutzen. Das lege ich weg. Eventuell kann ich mal eine Batterie benutzen. Dann nehme ich aber unbedingt die Primärzeile, weil die... Auch wenn mein Schild nützlich ist. Verbesserte Schildbooster. Bonus auf Giftangriffe, Bonus auf Phasenangriffe, Bonus auf Giftangriffe. Bah, braucht keiner. Weg damit. Ich muss ja echt mal ein bisschen aufräumen. Die kleinen Energieteile könnte ich mal weg machen. So. Skill Retrainer. Haha. Den behalte ich natürlich. Dann ganz viel Zeug. Ganz viel Zeug. Immer noch mehr Zeug. Zehn einfach Gyro-Schilder. Ähm. Entfernt Betäubeneffekte. Wichtig. Adrenalinpillen. Den Schildbooster. Okay, den behalte ich. Die einfachen Schildbooster. Hm. Ah, ich tue den mal hier mit dazu. Die einfachen kann ich... Ach, weg damit. Krittchancenbonus. Weg. Mittlere Heilung. Okay, die brauche ich. Aber nicht so viel. Weg. So. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz. Dann will ich noch deine Adrenalinpille haben. Und... Das hier. Bis auf 20 hoch. So. Gut. Nur ein paar Teleporter. Nur zur Sicherheit. Oh, und Moment. Ich habe noch was gesehen. Hier oben. Doch, Feuerdämmung. Entzünden ist fies. Gut. Okay, wir müssen... Wir müssen, wir müssen. Wohin? Zur Waterloo Bridge. Die war... War die da unten? Ja. Wir müssen dort hindurch. Allerdings nicht mehr heute. Sondern... Für mich. Irgendwann bald. Für euch. Wahrscheinlich am nächsten Tag. Bis dahin. Ciao. Ciao. Yeah.